So, weiter geht's mit Let's Play Metro 2033. Wir sind noch hier stehen geblieben und wir gehen jetzt mal ein bisschen weiter. Ach, ich soll öffnen. Ich höre da noch welche. Ach Gott. Das war ja klar. Na komm, helf doch mal mit, du. Oh Gott. Er will wahrscheinlich, äh, er will wahrscheinlich nur mich dabei haben, dass, äh, dass er da selbst nicht kämpfen muss, ne? So, dahinter war da noch einer. Oh Gott. Zwei sogar. Einer mit der Schrot hier, ey. Ah, da ist ja noch einer. Alter. Oh Gott, dieser Revolver ist voll für'n Arsch. So, war's jetzt, hoffentlich. Kommt er? Ja, er kommt. Also sind alle tot. Ja, immerhin das funktioniert. So. Was haben wir hier? Ah. Licht, ansonsten nichts. Hier, nirgendwo was. Nee. Aber immerhin ein bisschen Munition. Und Ruggler. Willst du mal vorgehen? Na, will er sowieso nicht. Doch, er geht vor. Ha, cool. Ja, mach auf. Ach. Unser blutiges Gemetzel mit den Banditen war vorüber. Mit Monstern und Mutanten hatte ich gerechnet. Aber wie viele weitere Mitmenschen werden noch versuchen, mich zu töten, bevor ich die Polis erreiche? Die Brücke ist ein übler Ort. Hier der Plan. Du passt auf mich auf und dich auf dich. Wenn wir zusammenarbeiten, schaffen wir es. Spiel nicht den Helden, Junge. Ich bin heute nicht in der Stimmung getötet zu werden. So, tut mir leid, bin ich wieder. So, was haben wir da? Komm, wir Licht an oder ausmachen? Ich möchte aber keine Licht an. So, schauen wir mal ganz kurz hier. Okay, wo sind wir denn jetzt gelandet? Wir gucken uns aber erstmal wieder um. Nach Munition oder sonstigen Sachen, die wir hier einsammeln können. Gasmaske? Oh. Na, dann setzen wir mal die Gasmaske auf. Ich finde es auch schön, dass das so ein bisschen verschrauben ist am Rand und diese Kratzer noch da sind. Er weckt den Eindruck, als hätte man die wirklich auch. Ich finde es ein bisschen blöd, das Licht ist so nicht hell. Was von ihm ist viel heller. Obwohl es ja schon mal volle Pülle ist, was. Jetzt zumindest. So, hier hinten liegt doch bestimmt auch noch was. Nö. Oh Gott. Die sieht man aber auch nie. Man hört nur ein Schreien und dann weiß man, da sind jetzt welche, aber man weiß nicht wo. Das finde ich ist krass gemacht. Okay, das sind wir welche. Was ich mal ganz kurz versuche, ist die Einstellung und dann die Qualität mal auf normal zu machen. Ich weiß nicht, ob der das jetzt direkt übernimmt. So, da bin ich wieder. Scheinbar hat er das nicht direkt übernommen. Ich habe jetzt allerdings die Detailstufe mal auf Mittel gemacht. Damit es hoffentlich ein bisschen flüssiger läuft. Auf YouTube wird man sowieso nicht die größten Unterschiede da jetzt zwischen hoch und mittel feststellen können. Nur ich hoffe, dass es dann ein bisschen flüssiger läuft. Ach, hier unten lang. So, dann folgen wir ihn mal weiter. Oh Gott. Ich finde es komisch, bei diesem Spiel ist es echt so, dass wenn man aus der Hüfte schießt, dass man irgendwie entweder mehr trifft oder besser trifft. Wir nehmen jetzt mal diese Waffe hier. Einmal ausprobieren. Wenn wir jetzt hier mal... Oder muss ich... Nee, keine Ahnung. Wow, das war eine Fahrt. Ah, Munition. Okay, ich glaube, die ist ziemlich nice. Man hört die auch kaum, die ist recht leise. Aber man hat da recht wenig Munition für, deswegen spare ich mir die mal. Ich nehme lieber diese Waffe hier. Nimm sich das schon wieder ein. Dann Muni. Da hinten liegt Muni. Ich möchte die Muni. Kann ich mir die so holen? Kann ich. So, und wie sieht es hiermit aus? Ja, gut, geht noch. Ein Einsturz. Mist. Und eine Treppe. Wie praktisch. Sieht mir nach einer Falle aus. Scheiß drauf. Gehen wir. So, dann leg mal los. Schau, weiter kommen sie wieder. Oh shit. Ah. Die Marktstation war nicht mehr weit entfernt. Aber Bourbon warnte mich, dass unser Weg durch die vergessenen Katakomben führen würde. Na, verdammt. Als wenn Norsalis hinter uns nicht genug wäre und stecken wir auf einem beschissenen Frito fest. Abjom, durchsuche die Leichen und versuche uns hier rauszubringen. Was ist das denn jetzt für eine Einlage? Ja, das Gefühl habe ich auch. Ich zähle auf dich, Junge. Also irgendwas ist mit unserem Atom los. Ich verspreche dir mein Liebes, ich komme wieder und schmierre dich. Du bekommst auch neue Farbe. Oh, gross. Wo ist er denn überhaupt? Ich höre, du rufst mich. Oh, fuck. Ich, na, hier, hier, immer, immer. Oh ja, jetzt bin ich glücklich. Deine Liebe scheint ehrlich. Sing weiter. Sing nur für mich. Come on. Was zum Teufel ist mit mir geschehen? Artyom, hast du diese Lieder gehört? Boah, das wünsche ich keinem Feind. Okay, ich glaube, diese... Weißt du, du bist heuerlich, dass du aufschießt. Gehen wir los. Wir sind fast am Markt. Da hast du nicht kurz vor dem Ziel gefressen werden. Ich glaube, das sind diese schwarzen Schattenwesen. Die dafür verantwortlich sind. Kann ich hier... Da liegt Munition, ich möchte hier haben. Scheinbar hatte das nicht nur unser Atom, sondern... Das war so klar. Es wird mir alles vergönnt. Aber da war ein anderer Revolver, den möchten wir haben. So, starten zum Glück von hier. Wo du bist heuerlich, als du aus siehst. Gehen wir los. Wir sind fast am Markt. Aber es ist schade, wenn wir so kurz vor dem Ziel gefressen werden. So, darf ich das Teil ein. Nein, hier... Nicht auf allgemein nicht so lange stehen bleiben, oder was? Oder wie? Ähm... Ja gut, wie auch immer. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen anderen Revolver. Der hat wirklich einen verlängerten Lauf jetzt. Nice. Ja, dann nutzen wir den doch direkt mal. So, wie sieht's hier mit aus? Das geht noch. Ich werde hier aber auch nicht auseinandergenommen, ey. Das ist der Markt. Bleib ruhig. Ist ja gar nicht. Ob das nur diese Null Salis sind, oder? Alter. Ey, Leute! Aufmachen! Lasst eure zweibeinigen Brüder keinen unnötigen Tod sterben. Seid ihr taub da drin? Wir werden gefressen! Da sind doch noch irgendwo welche. Wer habt ihr da mit euch geschleift? Verdammten aus alles! Simeon, starte den Wagen! Wir bergen diese tote Beine! Adjom, halt durch! Das Schicksal ist auf unserer Seite! Da hinten kommt er noch. So, du bist tot. Du bist nicht tot, aber jetzt. Ja. Du verdammte... Und so. Ja, da. Ja. Wie wär's mal, wenn die uns helfen würden, ey. Oh Gott, kommen da viele. Wo kommen die denn alle her? Ja. Alter. Was ist denn hier los? Wie viele da sind. Oh, cool. Ich hab keine Munition mehr. Genau darauf wollte ich hinaus. Ihr, schreibt euch! Tu, was er sagt. Diese Typen verstehen keinen Spaß. Trügen mich meine Augen? Bourbon, alter Freund, bist du das? Und ich hatte die Hoffnung aufgegeben, dich lebendig wiederzusehen. Simon, schau, wer Dinosalis aufgeschreckt hat. Gott verdammt! Jetzt sind die in die Scheiße gestretten. Ey, Michalic! Was für ein Zufahrt! Ich wollte dich besuchen kommen. Habt ihr das gehört, Jungs? Holt die guten Teller raus! Bourbon kommt zu Besuch! Und jetzt lauf nicht weg, Bourbon! Wir haben eine kleine Aufgabe zu erledigen. Dann sind wir wieder da. Du erinnerst dich, wo du auf mich warten solltest? Ja, tue ich. Sicher? Ich kann dir helfen, dich zu erinnern. Du hast mich verstanden, oder? Absolut. Ah, okay. Hallo? Wie? apost es hat auch noch mal gehalten. Vielen Dank.